Bhagavad Gita Vers 3.7 Wer jedoch seine Sinne durch den Geist beherrscht und seine aktiven Organe ohne anzuhaften im hingebungsvollen Dienen beschäftigt, steht auf einer weitaus höheren Stufe. Erklärung Anstatt ein Pseudotranszendentalist zu werden und nach einem ausschweifenden Leben im Sinnengenuss zu trachten, ist es weitaus besser, in seinem jeweiligen Aufgabenbereich zu bleiben und den Sinn des Lebens zu erfüllen, der darin besteht, von der materiellen Fessel frei zu werden und in das Königreich Gottes zurückzukehren. Das erste Svaartagati, Ziel des Selbstinteresses, besteht darin, Vishnu zu erreichen. Die gesamte Einrichtung von Varna und Ashrama soll uns helfen, dieses Ziel zu erlangen. Auch ein Haushälter kann durch reguliertes Dienen im Krishna-Bewusstsein diese höchste Bestimmung erreichen. Um selbstverwirklich zu werden, sollte man ein kontrolliertes Leben führen, so wie es in den Shastras vorgeschrieben wird. Auf diese Weise kann man ohne anzuhaften weiterhin seinen Aufgaben nachgehen und dennoch Fortschritte machen. Ein aufrichtiger Mensch, der dieser Methode folgt, ist weitaus besser als ein falscher Heuchler, der fadenscheinigen Spiritualismus zur Schau stellt, um die unschuldige Öffentlichkeit zu betrügen. Ein ernsthafter Straßenfeger ist weitaus besser als ein Meditationsgaukler, der nur mit meditiert, um sich auf diese Weise seinen Lebensunterhalt zu verschaffen.